Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Ryanair bekommen die weniger 737 Max, geben sie Rabatte im Sommer, weil die Flugzeuge doch nicht so voll sind und die Preiserhöhungen nur moderat ausfallen können auf gewissen Sommerstrecken. Schauen wir uns nochmal genauer an, was Ryanair da hat. 767 von United, Verspätung, über 26 Stunden ist der Flieger gegroundet. Passagiere sind wohl nicht ganz so viel später gekommen, weil ein Notebook im Sitz stecken geblieben ist. Dann bei Southwest, die haben einen Piloten geschasst, weil er sich bei einem Engine Failure oder bei einem brennenden Triebwerk nicht an die Procedure gehalten hat. Könnt ihr auch darüber diskutieren, ob das nicht besser war, was der Pilot gemacht hat, sagt der Herr Kapitän. Wir haben dann einen Deal mit ETH nach Mahle. Ich muss direkt nochmal gucken. Von Wien aus nach Mahle über Abu Dhabi logischerweise. Preis 1619 Euro beginnend. Und ich habe noch irgendein Ding. Und zwar genau Tapp und eine Nussallergie. Also insofern etwas, wo man sagen muss, schwieriger Fall, ob da der Passagier oder die Fluggesellschaft recht hat. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht sagen. Und man hat bei Airbus einen Rekordauftrag bekommen. Es hätten mehr Flugzeuge sein können. Jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren, abonnieren. Und ihr könnt ja nochmal schreiben, ob ihr gestern das Live besser gefunden habt als das jetzt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das erste Thema, was wir heute hier haben, das ist das Thema Airbus und Bestellung aus Saudi-Arabien. Und zwar Saudia und Fly-A-Deal, auch ein cooler Name, Fly-A-Deal. Die brauchen ja Flugzeuge und man will ja auch eine neue Fluggesellschaft aufbauen mit der Riyadh Air 787er, sind bestellt worden. Und die haben jetzt bestellt 93 A3-21 Neos und 12 A3-20 Neos. Und das sind so viele Flugzeuge wie noch nie in der 80-jährigen Geschichte von Airbus. Sind die 80 Jahre? Ja, ist wohl so. Also, das ist eine Geschichte von Saudia. Ich denke eher von Saudia, ne? Also auf jeden Fall, die Bestellung hätte noch größer ausfallen können. Allerdings habe Airbus keine zusätzlichen Lieferslots bis 2032 versprechen können. Und daran seht ihr, wenn man jetzt ein Flugzeug bestellen möchte, wie lange man wirklich wartet, bis die Bude kommt. Und der Kollege von Saudia sagte, Abdullah Ascharani sagte, Bluma Community, mehr als 180 Flugzeuge, aber es gibt keine Slots für die Produktion. Und man möchte da natürlich neue Maschinen haben und man möchte damit auch quasi mit den Schmalrumpfflugzeugen ab 2026 Ziele anfliegen. Und da möchte man auch die Hälfte an die Billigtochter Flydeal geben. Wobei, Billigtochter, ich weiß nicht, Fly Dubai war ja auch so eine Art Billigtochter. Das muss nichts im arabischen Raum heißen, was schlecht ist. Also nur so als Randbemerkung. Ihr könnt ja mal gucken, was ihr dazu sagt. In Riyadh ist auch ein neuer Flughafen, der ja gebaut wird. 120 Millionen Passagiere pro Jahr soll die Kapazität sein. Das ist eine krasse Zahl und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, Respekt, was da unten abgeht. Wenn man guckt mit Abu Dhabi, Dubai, Doha und aber auch dann Riyadh, was da wirklich los ist. Istanbul ist ja auch noch in diesem Bereich mit drin, wie viele Fluggesellschaften da sind und was da passiert. Also da wird einiges gehen und Indien sollen wir auch nicht aus dem Fokus lassen. Ich glaube, dass Emirates die Zeit nicht mehr, also nicht mehr lange den inoffiziellen Titel hat, die Official National Airline of India zu sein, weil das Air India wieder selber übernimmt unter Tata. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Die Freunde bei Ryanair arbeiten an der Preisschraube. Und die sind aber bei der Preisschraube nicht ganz so überzeugt wie die Freunde bei EasyJet, dass die Preisschraube, dass die Tickets höher gehen. Denn das erste Geschäftsquartal bis Ende Juni erfordert halt immer noch mehr Rabatte als im Juni davor. Und daran sieht man halt, dass der Boden erreicht ist für die Leute, wenn man da von dem Flugpreis, von dem Plateau oben reden möchte. Also Ryanair sagt ganz einfach, dass die Flüge jetzt billiger werden, weil halt der Nachfrageüberhang umschwenkt und man so viele Kapazitäten am Markt hat. Und ich glaube, Lufthansa hat heute auch noch einen neuen Deal mit Bangkok Air 1, glaube ich, gemacht. Also das heißt, die haben dann noch mehr Co-Share, das nur so als anders. Aber jetzt ist es halt so, dass man Ryanair im Juli, September da wesentlich sensibler an die Preise rangeht und da nicht so viel macht. Also ich glaube, dass das ein Zeichen ist, auch für andere Legacy Carrier, dass die Bäume nicht in den Himmel mehr wachsen und dass man da, ups, da habe ich die falsche Taste, da ist die richtige Taste. Dass man da halt wirklich auch aufpassen muss, was da Phase ist, dass es nicht bei der Lufthansa auch umschwenkt. Und gestern hatte ich ja auch erzählt, dass wenn man den Service verbessern möchte in der Economy Class, aber die Gewinne nicht mehr da sind, dann wird das auch wieder eingestellt werden. Also da bin ich mal wirklich gespannt, was da passiert. An der Börse gab es dann auch direkt 1,2 Prozent am frühen Handel, die die Aktie verloren hat. Ihr wisst, also Ryanair, ihr wisst, ich gebe keine Aktientipps. Und was auch spannend ist, ist, wenn man guckt mit Ryanair, ist es ja auch so, dass die 737 Max 23 Exemplare weniger ausgeliefert werden, um wachsen zu können als vorher. Also das heißt, da sind einige Potenziale, die bei Ryanair noch im Argen liegen. Also da muss man wirklich gucken und aufpassen. Habe ich noch was zu erzählen? Nein, eigentlich nicht mehr, außer dass man 700 Millionen Euro in den Rückkauf von Aktien investieren möchte und damit halt die freiverfügbaren Aktien reduziert, um da denen dann den Preis wieder ein bisschen zu ziehen. Ja, was wir auch noch haben als Thema, das ist etwas, was wir immer wieder hören, ist, wenn zum Beispiel iPhones, Androids, Notebooks, iPads, hier habe ich noch mein iPad, in den Sitz fallen, dass man den Sitz nicht mehr verschieben sollte. Und das ist auf einem Flug von United passiert mit der 767, da ist der Business Class in dem Sitz, ja, stecken geblieben. Der Flug war von Zürich nach Chicago, das war eine Boeing 767-300, die ist als United 12 gestartet, am 19. Mai, also es ist gestern gewesen, um 10 Uhr. Dann war man irgendwo in der Nähe von Shannon, ist dann zurückgeflogen, als man dieses Laptop da in dem Sitz verklemmt, verkeilt hatte. War natürlich doof, dann ist man in Shannon dann aus Sicherheit gelandet, weil sowas, jetzt fragt sich, naja, gut, Notebook. Nee, das Problem ist, wenn die Bude anfängt zu brennen, dann ist da kein Kraut gegen Gewachsenen. Und also, wenn man so Batterien oder sowas, Akkupack sieht, wenn die mal anfangen zu brennen, ich habe das mal gegoogelt, das ist eine krasse Nummer. Deshalb ist das ein echtes Sicherheitsrisiko und deshalb will man dann so schnell runter wie möglich. Und das ist so, dass dann die Ingenieure geholt haben, aber die haben dann natürlich versucht, das Flugzeug quasi wieder fit zu machen. Aber nachdem man das Notebook befreien konnte, ohne dass es ein Feuer gemacht hat, war die Crew und das Cockpit schon aus der Zeit heraus. Das heißt also, man konnte nicht mehr fliegen. Die Passagiere mussten dann umgebucht werden, dann sitzt man da in Shannon in Irland, wo nichts passiert. Und dann ist das so, dass man den Flug dann halt wirklich stornieren musste. 157 Passagiere mussten dann umgebucht werden. Und ich denke mal, dass man dort wirklich sagen muss, das war richtig gehandelt. Aber da könnt ihr selber auch schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Vor allem, wenn so eine Lithium-Ionen-Batterie halt wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, brennt, dann ist das nicht hübsch. Es gab da ja auch auf dem Flug von United von San Diego irgendwo, da war es halt so, dass man dort Smoke-Inhalation gemacht hat. Also das heißt, dass da Rauch eingeatmet worden ist, wo so ein Akku in die Luft gegangen ist, bildlich gesprochen. Und die sind dann quasi mit Rauchvergiftung. Und deshalb auch aus diesem Grund ist das schon kein Spaß, den man da hat. Also da sollte man das schon machen, dass man das mitnimmt. Also ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da mit den Akkus und mit den Batterien da was anderes macht. Ich selber, wo habe ich meine Anker-Batterie? Ich habe sie gerade gar nicht hier, die ich benutze. Ich versuche da natürlich wie der Teufel das Weihwasser da zu versuchen, dass da nichts reinrutscht. Wobei ich hatte letztens mein Telefon, das in den Sitz reingerutscht ist, weil ich finde in der Business-Klasse. Und ich konnte es Gott sei Dank wieder rausfriemeln. Und ich habe gedacht, oh Gott, das ist mir so peinlich. Aber nun gut, es passiert. Es passiert den Besten. Natürlich, natürlich den Besten. So, ihr könnt jetzt natürlich noch mal ein anderes Thema. Und zwar ist das das Thema Nussallergie noch mal sagen. Ich bin selber kein Nussallergiker oder algerisch dagegen, um es anders zu formulieren. Deshalb kann ich das nicht beurteilen. Aber es gibt halt Leute, die alleine schon durch diesen wabernden Partikel, die da doch passieren, wenn man Erdnüsse oder sonst was konsumiert, einen anaphylaktischen Schock bekommen können. Und da ist eine Dame, und zwar diese Dame hat das in ihrem TikTok-Video gesagt. Und zwar ist das Fai. Sie war mit TAP Air Portugal auf einem zweistündigen Flug in Europa unterwegs. Und sie hat halt wirklich das Problem, dass wenn Nawalnüsse oder halt auch Erdnüsse oder sowas sind, die mit Kontakt kommen, kriegt sie halt einen anaphylaktischen Schock. Und das ist natürlich dann lebensbedrohlich. Und das Thema ist dann halt so, dass sie natürlich eine E-Mail an die Fluggesellschaft geschrieben hat. Und diese Fluggesellschaften reagieren dann insofern so, dass sie dann selber keine Nüsse austeilen oder Passagiere bitten, dass sie, wenn sie Produkte mit an Bord gebracht haben, diese dann nicht konsumieren aus irgendwelchen Tüten oder sonst wo, sondern einfach wirklich das einfach mal lassen, damit jemand mitfliegen kann, der da eine bedrohliche Situation sonst hat. Aber die Crew hat es, also die haben keinen Bock gehabt, diese, ich habe jetzt Bock. Weil sonst könnte man ja sagen, warum macht der das Announcement nicht? Die haben dieses Announcement nicht gemacht. Und das ist so, dass dann das eine Problem, dann haben sie das Essen weiter verteilt, egal ob da Walnüsse drin waren oder nicht. Und sie hat halt wirklich die Crew nochmal gebeten, dass sie diese Announcement, diese Ankündigung machen. Und dann ist es so, dass sie, ja, wenn sie sich nicht sicher fühlen würde, das Flugzeug verlassen könnte. Und es ist natürlich so, dass das im ersten Moment relativ kalt und, ja, irgendwie so klingt, als ob es jetzt nicht wirklich menschenfreundlich ist. Und da muss man natürlich dann sagen, es ist halt so, dass nicht alle Fluggesellschaften das machen, die Crews nicht machen. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass diese Dame dann natürlich auch ein Problem hat, dass sie also sogar vor dem Flug auch selber alles abwischt und so weiter, dass da halt nichts passiert. Und ich denke mal, das Problem ist, dass das nicht natürlich ein Thema ist, auf der einen Seite, ja, mit Allergien. Aber da könnt ihr mal sagen, was ihr da zu sagen habt. Es gab ja auch mal den einen Fall, wo man, wo die Dame 168 Euro, glaube ich, zahlen musste. An Eurowings war das, weil sie ja alle Nüsse gekauft hatte, also die ganzen Packungen. Und in 2020 war es so, dass man da, dass es sicherer war, bei Turkish Airlines zum Beispiel eine Passagierin von Bord zu haben, als sie mitzunehmen mit dieser Nussallergie. Und man sollte dann halt so ein EpiPen mithaben, den man sich dann reingragen kann. Aber das ist natürlich einfach etwas, was so als letzte Defense-Line gedacht ist. Und ob das auch wirklich hilft, das weiß man im ehrlichen Fall auch nicht. Also das heißt, das ist immer so ein bisschen ein Pokerspiel. Ich selber kann es wirklich nicht beurteilen, aber ihr könnt vielleicht da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und ob das so ist. Und in den USA ist es halt so, dass man dort, da auch wirklich, ja, bei den Fluggesellschaften, die haben auch Ephedrien dabei, also solche Sachen, die halt in dem EpiPen drin sind. Und ja, was soll man da machen? Ich finde es eine schwierige Situation. Ich persönlich würde selber verzichten, Nüsse zu essen. Es ist jetzt nicht so, dass ich Nüsse essen muss oder da halt in irgendeiner Art und Weise meine Lebensqualität drunter leiden würde. Also insofern, ich würde das schon so machen, aber was würdet ihr tun? Das ist auch die Frage des Tages. Wie sollen die Fluggesellschaften reagieren? Wie sollte man da als Passagier reagieren? Und wie sollte man da mit umgehen? Also da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Vielleicht sagt ihr ja auch von einer Allergie betroffen, die halt auch ausgelöst werden kann durch andere in eurer Nähe. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr dazu dann sagt. Wir haben ein Thema, was auch interessant ist. Und zwar ist das eine Explosion eines Triebwerks gewesen bei Southwest Airlines. Und zwar Southwest Airlines hat den Kapitän dieses Flugs Terminate rausgeschmissen. Ja, den Vertrag beendet. Und das ist halt wirklich so, dass der Commander auf der 737 nach dem Start in Houston Hobby Airport, auch lustiger Name ist der Hobby Airport, also nicht Dallas Fort Worth, und da ist ihm das Triebwerk abgehauen und abgeraucht. Und das war dann am 15. August 2023 so. Und der Flug war WN307. Und bei dem Flug ist es dann so gewesen, dass dann auf dem Flug nach Cancun das rechte Triebwerk in Flammen ausgegangen ist. Und man hatte auch Angst, dass das Triebwerk abfällt vom Flügel. Ja, also die Passagiere haben es gesehen. Und der Kapitän hat dann den First Officer weiter fliegen lassen. Und er hat dann halt wirklich da nochmal dann gesagt, was Phase ist. Und interessanterweise war dann was weiter, dass er gesagt hat, ich möchte mit der ATC, also mit der Flugkontrolle, gucken, wie wir zum Flughafen kommen, ohne dass wir über gewohntes Gebiet fliegen. Was in Dallas schon relativ schwierig ist teilweise, auch in den USA, wenn das Ding runterfällt, dass da nicht noch Leute totgehen. Und er hat dann auch nochmal ein Announcement gemacht, in Englisch, aber auch in Spanisch, dass alles unter Kontrolle ist. Und dann ist man gelandet. Und es ist so, während er das dann gemacht hat, dass er dann genau durch diese Entscheidung als Kapitän in das sogenannte heiße Wasser gekommen ist. Weil die Procedure bei Southwest ist ganz klar, wenn so etwas ist, dann muss der Kapitän übernehmen. Und der Kapitän hat aber gesagt, dass für ihn die Passagiere zu beruhigen, weil sie ja auch gesehen haben, was da draußen los ist. Und ich möchte nicht wissen, wie ich reagiert hätte, wenn ich daran gesehen hätte, oh, da kokelt das Triebwerk aber mal lustig vor sich hin. Und deshalb ist es halt so, dass das eventuell mit der AC vielleicht wichtiger war. Und es ist ja auch nicht so, dass der First Officer jetzt jemand ist, der nicht unbedingt weiß, was er tut. Das wird ja trainiert. Das heißt also, beide, die da sind, sind ausgebildete Piloten. Und solange das dann aus Sicht des Kapitäns noch alles okay ist, denke ich mal, sollte es auch okay sein. Und es ist einfach so, dass man hat sich aber nicht dazu entschieden, weil das Flugzeug sicher gelandet ist, ihn da irgendwie mit einer Urkunde zu beglückwünschen zu sagen, tolle Leistung hält oder sowas. Und man hat gesagt, nee, wir schmeißen dich raus. Und das ist natürlich auch ein Thema, aber dann wäre das vorbei gewesen. Aber es ist halt wirklich so, und da ist es halt einfach so, dass man bei Southwest Airlines sagt, das ist ein Serious Missconduct, also ein schweres Fehlverhalten. Und da könnt ihr jetzt auch nochmal aus eurer Sicht sagen, was haltet ihr davon? Ist das ein Fehlverhalten, die Passagiere zu beruhigen, eine Strecke rauszusuchen, wo man wirklich wenig überfliegt, wo man irgendwas, wenn was runterfällt, dass man keinen tötet. Und das ist halt wirklich das Problem. Und wenn man jetzt wirklich guckt, ist es so, dass man ihn wirklich rausgedrückt hat aus dem Unternehmen und ihn gegroundet hat. Und man hat ihn dann, eine psychologische Evaluierung zu machen, vergleichbar mit der MPU, mit der medizinisch-psychologischen Untersuchung als Autofahrer, um ihn halt aus der Southwest rauszukriegen. Aber nun gut, so ist das halt. Und Southwest hat natürlich da auch einen Standpunkt zu sagen, dass man die Piloten halt anhält, Procedures zu machen und dass man das natürlich nicht akzeptieren kann, so auf diese Art und Weise. Und ja, Southwest ist natürlich auch von vielen weißen Piloten, was ja in den USA mittlerweile dieses DIY, ne, D-I, 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 glaube ich ist das, Diversity, Equity und Inclusion, also D-I. Okay, ein Riesenthema und der Kollege vom Namen her, wenn er Spanisch sprach und so weiter, denke ich mal, dass er da ein Farbklecks war. Aber ich glaube nicht, dass seine Hautfarbe damit irgendwas zu tun hatte, dass man ihn da rausgeschmissen hat. Also ich denke mal, dass das ein Thema ist. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. Bei den Informationen, die da zugänglich sind, halte ich das für eine schwierige Entscheidung. Das ist aber nur meine persönliche Privatmeinung. Jetzt haben wir noch ein letztes Thema und zwar haben wir noch ein Deal, so ein Deal für euch, den ich euch frisch kredenzt habe. Ups, da habe ich ein bisschen mit der Zeit geschludert. Und da geht es mit Etihad von Wien nach Abu Dhabi und dann weiter nach dem Malediven. Und damit ihr seht, wie die Bude aussieht in der Buchungsklasse Z. Preis, hatte ich ja gesagt, 1619 Euro. Drei Tage vor Abflug muss das Ticket geticketet sein. Vier Monate Maximalaufenthalt, keine Stopovers in Abu Dhabi, außer in dem Rahmenprogramm von Abu Dhabi, was möglich ist. Und 280, wenn ihr cancelt und No-Show kostet 745 Euro. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das Ganze aussieht. Das fliegt auch mit der 787, beide Strecken flogen, also beides möglich. Schöne Flugzeuge in meinen Augen mit der Kabine. Die haben also auch die schönere Kabine. Und hier haben wir das Ganze für euch. Da ist es. Und da seht ihr die Strecke einmal von Wien über Abu Dhabi nach Mahle. Das sind 2.637 Meilen und dann nochmal nach Mahle 1.876 hin und zurück sind das zusammen. 9.026 und schon hübsch, oder? Also schön lecker warm. Und dann wollt ihr natürlich wissen, wo es die Kredite gibt, also die Punkte gibt bei Frequent Flyer-Meilen, wenn ihr Buchungsklasse Z seht. Das sind 18.000, ein paar Kaputte bei Hainan, 11.000 oder 10.000 bei den ganzen, die ihr seht. Weniger gibt es dann bei Malaysia, 9.000, 30.000, 6.000, 592.000 und Air New Zealand, Royal Air Maroc und Sri Lankan Airlines sind bei Null Meilen. Also insofern ein cooler Deal in 1.619 Euro in der Business Class in meinen Augen. Wir sind am Ende angekommen der frisch gepressten Sendung. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like da zu lassen, zu kommentieren. Und ich freue mich, wenn ich euch morgen wieder sehe. Ich muss mal gucken, ob ich morgen die Sendung, wann ich die schaffe. Und ich arbeite weiter an meinem anderen Videoprojekt. Leid überrascht uns, seid gespannt, wenn das kommt. Ich mache mich hier fertig und... Nee, morgen gibt es eine Sendung, morgen bin ich ja noch hier. Also, bis morgen. Also, Abspann. Danke, bis dann. Ciao. 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 Ciao.